Leben ohne Veränderung bedeutet Leben ohne Fortschritt. Wir bewegen uns weiter. Wenn aus lokalen Informationen und aktueller Berichterstattung mehr wird. Wenn der Service für die Bürger noch besser und die Vermittlung von Medienkompetenz weiter ausgebaut wird. Und die drei offenen Kanäle Landau, Neustadt und Hassloch zu einem neuen, gemeinsamen Senderverschmelzen. Dann wird etwas Neues, Größeres und viel Besseres entstehen. Fernsehen für die Region. OK Weinstraßen.